So kriegt Marco das Tor! Nein, so krieg ich gar nicht! So krieg ich das Tor! Da hab ich die Sau gejagt, ey! Einer Tor! Wie viele Leute hab ich gewusst? Alle vier Gegner! Da zwei und hier die anderen zwei! Ich mach so schlecht! Du musst es doch sicher holen! Oh, oh, was? Die ist alt! Ich dachte, ich mach mal gut! Das ist doch der Tor! 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 Oh! 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 Ne, ich hatte doch keinen Tor! Das ist doch der Tor! Jawoll! Drei Gegner, einer gegen zwei! Man kann auch einfach reinmachen! Echt? Wo war Schein? Echt? Wo war Schein? Das ist doch der Tor! Ja, Marco! Das ist natürlich ein Double Tap! Natürlich drin! Das ist doch der Tor! Das ist doch der Tor! Marco macht zwei Tore! In diesem Stil! Geil! Ja, das ist doch der Tor! Ja, guck mal, wie die Jagen ist so! Die sind richtig angeflessen worden! Was für noch Zeit? Nein, ich will nicht. Oder mach ich. So, mach ich. Was für eine Ratte. Ich wollte wirklich ausweichen, ich wollte wirklich ausweichen, deswegen der Backflip. Natürlich, was ne Ratte.